Und damit herzlich willkommen zum nächsten Trade-Up-Video mit dem Flo. Jawoll! Es wird wieder mal Zeit, wir haben beide fleißig gesammelt, um jetzt endlich mal irgendeinen gepainteten Octane zu bekommen, beziehungsweise natürlich den weißen. Ja, wird mal Zeit. Ich muss sagen, es muss nicht unbedingt der weißen, jetzt geht die Sosierung wieder näher. Moment, da gibt es irgendeinen Trick. Jetzt, gut. Ähm, wir können sechsmal hochtraden diesmal, im Gegensatz zum letzten Mal, da waren es noch fünfmal. Ähm, demzufolge sechsmal die Chance auf irgendeinen gepainteten Octane. Octane? Octane. Eroder wäre geil. Eroder wäre ruhig fett. Ich tue jetzt das erste Anstoßen. Okay. Das ist halt sehr schön, bei mir legst du jetzt gerade die Sachen rein. Das ist scheiße, dass es so verzögert ist. Da müssen wir uns irgendwas, das nächste Mal kommt es ja hergefahren. Ja. Oder TeamViewer. Oder das. Ja. Hast du schon gesehen, mich jetzt? Ja. Ein pink. Ein pinker X-Double. Den hab ich glaube ich noch nicht. Oh, Sammlung erweitern. Das gefällt mir. Ja, den hatte ich noch nicht. Den hatte ich bisher erst lieber. Lieder. Also schon mal einen Volltreffer, das ist gut, das ist gut. Ja, stimmt. Er hätte schlecht laufen können. So. Tinte, Tun, Schmetterling und der Schatz, da bringt uns jetzt Glück. Jawohl. Feuer frei. Ist jetzt gar nicht so schlecht. Okay, okay. Ich bin gespannt. Der Schmetterling und der Schatz. Alle sehen es jetzt und denken sich, die Junge sagt doch was. Sehr schön. Den hatte ich auch noch nicht. Also nächsten Volltreffer. Boah, zwei von zwei. Wir sind gut. Wir sind gut. Ja. Och, die Sortierung. Ich renne nicht mehr. Das macht den wahnsinnig. Da haut mir dann teilweise immer alles rein. Ei, 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 ei. So, Goldfisch. Alter, komm. Rocket League müsste das mal fixen. Ja, das nervt wirklich. Ja, und Psyonix, wenn ihr zuhört, ortet mal direkt noch eure Gegenstände nach Kisten. Ja. Ist ja meistens so, dass die bei mir zugucken. Die holen sich auch immer Tipps bei mir. Zu Recht. Fragen nach Verbesserungen, ne? Ja. Aber das Gute ist, dass, weil das mit der Sortierung immer meine hinhaut, ne, wird das Video wenigstens künstlich länger. Was nehmen wir? Oh ja. Ein Herz nehmen wir mit rein. Und ein Goldfisch. Komm schon. Oh ja. War das ein... Oder ein... Uh-uh-uh. Ein... Uh-uh-uh. Was? Uh-uh-uh. Uh-uh-uh. Gefällt mir. Uh-uh-uh. Okay. Uh-uh-uh. Doch, das sagt mir zu. Uh-uh-uh-uh. Uh-uh-uh. Die Therme genaniert. Und zwar in Himmelblau. Ey, das passt zu dem... Kann ich bei dem Auto mitnehmen? Ich hab schon mal einen Himmelblauen... Ach, leg ich jetzt nicht an den Arsch später. Ja, bin ich gleich wieder so euphorisch. Jetzt würde ich aber sehen, wie das an der Karre gerade aussieht. Das gucken wir uns gleich an. Okay. Aber wieder was Neues dann, ne? Ja. Alles Treffer bis jetzt. Dreißig. Von drei. Jetzt ist vier drin. Machen wir es beim letzten spannend. Letzten zwei, da guck ich wieder ne hin. Bei den letzten zwei sogar? Ne, 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 ich will... Ne, nur beim letzten. Okay, ein Lila. Hast du die? Hast du die nicht? Ne, die hatte ich noch nicht. Yes! Das läuft eigentlich ganz gut, aber immer noch kein Octane. Ich will am ehesten mal eine Farbe. Bitte. Ja, bitte. Komm, sei lieb mit mir. Einmal, ne Octane. Den wir noch nicht haben, komm schon. Ja, das letzte Mal gab es ja den gelben nochmal. Ja. Da freut man sich auf, auf einigen, wie das aussieht. Bye. Oh, es steht direkt Herzklapp aus da hier. Schwitters ist vorletzte gewesen. Da habe ich aber auch noch ne. Jawoll. In welcher Farbe? Pink. Ui. Pinke Blitze. Das passt auch zu der Karre. Stimmt. Meine Güte. Mann, 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 Mann. Alles in die Gitarre hier. So. So, jetzt das letzte. Flo, ich guck weg, ne? Viel Spaß, bei mir suchst du noch. Warte, ich drück auf Ja und jetzt... So, so, jetzt, jetzt. Der Sound, der klingt nach nem weißen Octane. Ui, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, äh, wirst du überakzeptieren. Moment, 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 Moment. Alle Zuschauer wissen es schon. Ja. Oh, schade, aber es ist ein Auto. Oh, ein Breakout. Sehr geil. Lackiert und zertifiziert in Waldgrün, wenn ich's richtig seh. Ja. Ich sag mal so, es ist definitiv nichts Schlechtes bei rumgekommen, aber er hat immer noch kein Octane. Das ist wahnsinn, ne? Ärgerlich. Du hast sechs Sachen hochgetradet und du kriegst keinen verschissenen Octane. Ja, das ist ärgerlich. Beim nächsten, beim nächsten. Ich denke, oh, guck mal, einen gelben... Ach, warte, wir legen jetzt erst mal. Wir machen jetzt erst mal das Auto hübsch. Oh, das ist auch immer gut. Nimm uns jetzt noch. So, Himmelblau Thermik war das. Wo ist es denn? Ach ja. Und zwar diese Seite. Mein Magen nicht knurren, der ist voll am Jaulenkreis. Ehrlich, ich muss nur das Essen. Ich hab zu viel gegessen. Ach so. Oh, geil. Sieht doch so schick aus. So, und die blinken... Die blinken. Die pinken Blitze. Thermik sah sexy aus. Jo. Ist dran. Bist du beim Manga Bolt bei mir? Das dauert noch ein bisschen. Und die Blitze in pink. Kann man schon mal lassen. Jo. Ich kenn schon mittlerweile mal. Warte, mit dem Decal. Pimp my right. Tun wir noch kurz andere Felgen drauf. Warum sind die rot? Jetzt wüsste ich gar nicht, dass Chakram in Standortfarbe rot sind. Echt? Ja. Chakram? Ach, hör doch auf. Ich dachte immer, die sind so pink oder so. Ja, auch. Hätte ich aber jetzt auch gedacht. Ach krass. Wieder was gelernt. Ich hab die noch nie gezogen. Na, ne. Das ist dann wieder zu übertrieben. Lass es jetzt so. Ne, warte mal. Ich kann wenigstens bei den pinken die schwarzen Felgen drauf machen. Die sehen besser aus. Ich hab gar nicht noch ein Video zu tun. Wir schweifen ab. Flo, erstmal wieder vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und an euch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.